Hallo liebe Leute, das ist ein kleines Video. Hiermit rufe ich alle Mitspieler auf, die bei mir in der Diktatur Pink sein wollen. Weil wir machen ein privates Projekt und die Diktatur Pink, ich bin der Diktator, muss gewinnen. Wer bereit ist, um mitzuspielen, wir ficken die alle. Also, kommt schreibt in die Kommentare, macht eine Bewerbung und dann, Mama, zickzack, knicknack, zerstören wir die alle. Bis dann, euer Craft-O-P.